Hallo Leute, heute morgen gibt es was ganz kurzes, super spannendes, denn Ich habe gerade meine Subscriptions, meine Abos aufgerufen und beim Electric Viking gab es dieses Video hier. Guckt euch das mal an. Es gibt ganz offensichtlich die ersten Prototypen des Model 2 und das sieht verdammt gut aus. Kurz, knackig und halt im Stil vom Model 3, Model Y. Er hat die Aufnahmen wohl in der Gigafactory Berlin gemacht, beziehungsweise von dort gesendet bekommen. Was denkt ihr davon? Wird es das werden? Ganz kurzes Video von mir nur. Hinterlasst gerne ein Like, wenn ihr es mögt und ein Abo ist natürlich sowieso super. Das finde ich doch wahnsinnig spannend. Ich glaube, ich würde mir ein Model 2 sofort zulegen. Wie sieht das bei euch aus? Alles Gute. Habt einen schönen Tag. Ciao. Ciao. Ciao.